Die Frage ist, ab wann gilt dann die Bezahlung? Seit heute. Okay, da muss ich ja meine Tickets ziehen. Das ist für viele nicht mehr ertragbar. Und wenn man damit die Autos aus der Stadt kriegen will, ist das glaube ich der falsche Weg. Wie würden Sie es machen? Vielleicht erstmal den Nahverkehr attraktiv gestalten, dass man sich darauf verlassen kann. Ich persönlich würde mit der S 75 fahren müssen, die leider nie fährt.